so ich bin hier auf amazon habe gesehen dass es ein batman wecker inklusive versand für 3 euro 95 gibt da muss man sich doch glatt noch die kundenrezession durch und spricht nicht ab und blablabla schöner wecker ich will ja nichts sagen aber für 3 euro 95 werde ich diesen wecker auf jeden fall mal ausprobieren und dann gibt es hundertprozentig ein unboxing und dann gucken wir mal wieder von der qualität her ist anwandfrei ich wünsche euch noch einen schönen tag falls ihr den wecker auch bestellen wollte der link ist unten in der beschreibung